Schon seit vielen Jahren findet immer am zweiten Adventssonntag ein etwas anderer Weihnachtsmarkt in Kiel statt. Nämlich rund um die Pauluskirche veranstalten die Kieler Service Clubs einen Weihnachtsmarkt zugunsten eines guten Zwecks. Der Erlös im Jahr 2011 geht vollständig an das Kieler Jugendkutterprojekt e.V. Leider war es diesmal mit dem Wetter nicht ganz so weihnachtlich. Der Erlös im Jahr 2011 geht. 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 Die Erlös im Jahr 2011 geht. Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020